Tennis ist für alle da. Bereichert mich in meiner Persönlichkeit und in der Art und Weise, wie ich Tennis-Training gebe. Gemeinsamkeiten zum regulären Tennis, zu dem Tennis, das wir spielen, sind viel größer. Anpassung auf visuelle Signale, spielerisch, methodisch das auszugleichen, wo möglicherweise Unterschiede sind. Eine Runde noch. Markus Gass, komm. Eins, zwei. Alle haben Schläger in der Hand, alle haben Bock, alle gehen auf den Platz. Und unsere Aufgabe ist es doch einfach, jemandem Tennis beizubringen, egal ob er läuft oder rollt, ob er sieht oder nicht gut sieht, ob er gut hört oder nicht gut hört, ob er schnell oder langsam lernt. Und ich hoffe, dass ich euch das ein bisschen zeigen konnte.